Wir sind ZOA, irgendwo zwischen Zweibrücken und Pirmasens angesiedelt. Wie kann ich dir helfen? So, erlegst du dir bitte. Entschuldigung. Ja, und wir sind sehr froh, dass heute so viel unserer Freundin wir sind. Ich kenne fast 80% persönlich, das finde ich mega cool. Also jetzt schon mal Dingsdark spielen, dann alle heute. Ich hoffe, dass es euch genauso viel Spaß macht wie uns. Der Grund, wieso wir hier sind, ist, wir haben im April eine Platte aufgenommen, unsere erste. Und die haben wir bei dem Heiko in Kasselslautern aufgenommen, der auch hier ist, der später auch mit uns spielt. Und auch jetzt schon, danke Heiko, du weißt genau, von was wir sprechen, was wir durchgemacht haben mit der Platte. Und wem unsere Musik gefällt, gibt's da vorne auch Vinyl. Und für die Leute, die keine Vinylliebhaber sind wie wir, es ist auch ein Downloadcode dabei. Dann bekommt ihr das eh für die Kaffe und P3 Player. Und ansonsten stellt ihr euch das Teil in den Schrank, sieht auch schön aus. Oh, genau. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh, oh Oh no, oh no, oh no, oh, oh, oh Still dissipate, with empty dice лин your tears turn it off til you match it is gone I'll make myself once we'll save my life I'll be out of time when your life is gone I'll be out of time when your life is gone I'll be out of time when your life is gone I'll be out of time when your life is gone I'll be out of time when your life is gone